Hallo Leute, sagt mal habt ihr irgendwo den Milos gesehen? Ich fahre jetzt hier schon eine ganze Weile hier durch die Felder und suche den. Ich habe hier den neuen Skoda Octavia dabei und wir wollten heute das Fahrvideo machen, aber ich finde den nicht. Ich habe den gerade angerufen, der hat gesagt, der sitzt hier irgendwo auf einer Bank, aber ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Kommt einfach mal mit, wir suchen ihn einfach mal. Okay, Milos, da pisst du ja endlich. Was ist hier los? Milos, ich such dich schon die ganze Zeit. Weißt du, wie lange ich hier schon durch die Gegend fahre? Ich habe doch gepennt, aber ich sehe es hier. Skoda Octavia. Ja, wir waren verabredet für eine Probefahrt. Ja, Skoda Octavia habe ich hier mitgebracht. 1,4 Liter. 103 kW. Ja, mit 140 PS. Ja, steigt nur am besten ein und wir fahren los. Alles klar, wir machen eine Probefahrt. 2,4 Liter. 1,3 Liter. 2,6 Liter. Sie sind dieajes von Jaget TOM p贏. 1,5 Liter. T dear Bait. Vielen Dank.